So, das wurde bei Okami. Weiter geht's. Wir sind auf der Oni-Insel und ich habe keine Ahnung, ob ich da ranfassen soll oder nicht. Soll ich mal machen? Könnte wehtun. Okay, nein, tut nicht weh. Ich bin begeistert. Ich habe erwartet, dass ich jetzt wirklich einen Stromschlag kriege. Hm. Wow. Was sind das denn für Apparate? Sie leuchten in einem seltsamen Muster auf. Ich frage mich, ob das irgendwas mit dem kleinen Wunderding zu tun hat, das du aufgesammelt hast. Ich hoffe nur, dass es nicht... Äh, ja. Dankeschön. Kann ich da jetzt einfach drüber laufen? Oh ja, okay. Solange ich das Ding in der Hand habe, kann ich da einfach drüber latschen. Ohne Probleme. Interessant. Das erklärt auf jeden Fall schon mal die Dinger. Ich weiß nicht, wie sie funktionieren. Und wie ich nicht draufgehe, aber passt. Wunderschön. Und ich brauche wahrscheinlich auch dieses Teil dafür. Jawohl. Instant Türöffner. Sehr, sehr gut. Das kannst du mit allen benutzen. Wunderbar. Kannst du mal weitergehen? Jetzt brauchen wir keine Gewitterwolken mehr, sondern... Oh, okay. Könntest du auch damit machen, wie es aussieht. Beim letzten Mal am Ende noch gesagt, schade, dass wir es nicht im Kampf benutzen können. Von wegen. Ich kriege auch meinen Blitzableiter mit. Wunderschön. Ich hoffe, ich kann das Teil noch eine Weile benutzen. Das ist extrem geil. Ich versuche, so ein Zepter dabei zu haben. Zum Labyrinth der Folterung. Schon wieder? Okay, durch die Türen, du wirst von weiteren umgeben sein. Renn über herum, wie es dir gefällt. Aufgrund der ständigen Benutzung gibt es Risse in Wänden. Oh, keine Explosionen. Ich weiß, was ich mache. Ich spreng die Scheiße weg. Wie oft will ihm eigentlich noch auffallen, dass diese Monster Regeln haben? Was für eine Art von Regeln meinst du? Wo soll ich lang gehen? Das ist völlig egal. Oh, shit. Apropos Blut. Au. Ich habe dich gelogen, ohne es zu wissen. Bedeutet, ist irgendwas... Es ist wahrscheinlich, dass man sich irgendwie ein bisschen orientieren kann, aber... Ich laufe einfach mal rein. Schauen wir doch mal. Ich weiß, was abgeht. Stahlfaust Sake. Könnte ich irgendwann mal auspacken, wenn wir da wirklich einen... Bosskampf haben. Äh, okay. Haben die Wände alle Risse, oder... Was sind diese... Was sollen die Kreuze bedeuten? Nein. Nicht wirklich. Also sind es wirklich nur einige. Und ich muss wahrscheinlich herausfinden, welche... Um die dann aufzusprengen und irgendwie weiterzukommen. Okay. Ah, ja. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht hier... Ah, shit. Da ist eine Wand. Möchte ich überhaupt aufsprengen? Kann ich mich einfach durchdrücken? Ich bin ein Wolf und kein Öltanker. Die können sich ziemlich klein machen, wenn sie wollen. Lass mal schauen, ob wir da durchlaufen können irgendwie. Jupp, geht. Wollte gerade sagen. Ich muss gerade eine Wand aufsprengen dafür. Holzbär. Holy shit. Danke dafür. Ich habe mir schon immer einen Holzbär gewünscht. Weißt du, Holzbären, die sind auch niedlich, weil es sind Bären. Aber die sind nicht so gefährlich. Und die zerfleischen dich nicht im Schlaf. Ich habe noch keine Geschichte gelesen von jemandem, der von einem Holzbär zerfleischt wurde. Okay. Ich glaube, es ist einfach nur da, um mich zu verwirren. Was nicht so gut funktioniert. Sorry. Sorry. Was Labyrinthe angeht, behalte ich relativ easy den Überblick, wo ich schon war und wo wir eigentlich gerade langlaufen. Hier waren wir noch nicht, nämlich. Stahlseelensarke. Okay, und hier ist auch Endstation. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Ich lege mal hier eine Bombe. Ich versuche mein Glück. Nee, nee. Kein wirklicher Erfolg. Okay. Jetzt haben wir schon mal reingeschaut. Hier ist noch eine Kiste. Glasperlen. Ah, wunderbar. Sowas habe ich gesucht. Können wir auf jeden Fall auch sprengen. Oh, das war es schon. Und wir kommen oben raus. Wunderbar, okay. Das ist dann direkt mal hier der erste Raum, in dem wir eigentlich wirklich waren. Damit kriegen wir jetzt die Tür auf. Alles macht so langsam Sinn. Auch wenn ich sehr verrückt war am Anfang, aber man lernt halt dazu. Das war's. Das ist nicht so eindrucksvoll, wie ich erwartet habe. Aber okay. Da haben wir noch nicht wirklich was dafür. Haben wir was dafür? Ich meine, ich habe Strom. Lass mal checken. Lass mal checken, ob die auf Strom stehen. Naja, nicht so wirklich. Oh, das komplette Ding. Okay, stimmt. Das war ein Schlüssel letztendlich. Und damit haben wir auch das Haupttor geöffnet. Kann ich den mitnehmen? Der war schon nice. Schade. Ciao, ciao. Du warst das beste Zepter, der ich jemals hatte. Warte mal ganz kurz. Das können wir wahrscheinlich hier mit aufmachen. Jawohl. Gäste 1. Ne, ein kleiner Bogen. Aber seit ich gelernt habe, dass das funktioniert, absolut gar kein Problem mehr hier die Dinger an die richtige Stelle zu machen. Bullenhörner. Yay. Und ein Tintenstein. Der ist wenigstens hilfreich. Ich habe mittlerweile auch herausgefunden, warum diese Teile extrem geil sind. Schau dir das Teil an. Was würde passieren, wenn ich da Strom drauflege? Und das nenne ich meine Statue. Zu schade, dass ihr hier bei diesen verdammten Monstern steht. Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Die leuchtet zu wenig. Das ist schon richtig. Ganz besonders dieses erhobene Schwert. Ich habe 7-Streich gesehen. Das legendäre 7-Klingel-Geschwert. Aber niemals ein 9-Klingel-Geschwert. Du musst wissen, wie es tun. Der Penis mancher Leute ist noch kleiner. Und die brauchen halt mehr, um es zu kompensieren. Das ist ganz einfach. Oh shit. Pulverisiert. Einfach so. Weg. Gut. Das ist mal eine Art von Müllentsorgung. Da hat nichts übrig, Alter. Als wenn du so eine Schweine verfüttert hättest. Da essen sogar die Knochen. Nagen an deinen Rippen rum. Schweine sind weird. Eigentlich niedlich. Oh, voll gruselig. Hör doch mal ab in den Keller. Das kann schon schief gehen. Das könnte schief gehen. Ja. Amy. Was hast du diesmal gemacht? Ich bin in den Raum reingelaufen. Denkt dir lieber schnell was aus. Das wird funktionieren. So, jetzt einfach ein straighter Strich nach rechts. Jawohl. Sowas habe ich mir vorgestellt. Oh. Gefällt dem nicht. Braucht ihr einen zweiten? Nachschlag gefällig. Leute, es wird echt heiß gleich. Oh oh. Da ist ja noch einer. Du Pisser. Dass sie genau wussten, dass die Leute unter Druck nicht wirklich nach hinten schauen werden. Cheeky, motherfucker. Aber gut. Gerade nochmal gesehen. So. Her damit. Wo genau gehen wir eigentlich gerade hin? Jetzt sind wir halt auf der Uni-Insel. Okay. Was genau machen wir jetzt hier? Ich meine, ich weiß, wir müssen diesen fiesen Kerl bekämpfen. Aber hier, in diesem Raum. What? Was ist das denn? Plötzlich eine Sidescroller-Passage? Das habe ich jetzt nicht kaum gesehen. Kann ich hier irgendwie ein bisschen was mit einer Katzenweisheit unten haben? Nein? Okay. Ich gehe weiter. Zack. Okay, nochmal so ein Ding, wo man einen Schlüssel braucht. Den habe ich jetzt leider nicht mitgenommen. Hätte ich mir eine Kopie machen sollen? Hm. Okay. Dann lass mal weitergehen. Irgendwo kann man diese Katze auf jeden Fall noch gebrauchen. Hier zum Beispiel. Nein? Na gut. Was haben wir denn hier drinne? Was zum Mampfen? Das habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Stimmt. Was essen die Leute hier eigentlich? Hier liegt nichts rum. Keine Früchte. Kein Gemüse. Rein gar nichts. Au. Au. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wo soll ich das denn hinmalen eigentlich? Oh, dahinter? Okay. Ich verstehe. Ich verstehe, worauf das hinausläuft. Dann baue ich mir doch den einfachen Weg hier hoch. Oh shit. Oh shit. Spring schneller. Yep. Alles gut. Okay. Zack. Einfach direkt auf das hier hoch. So. Okay, da ist schon mal der Schlüssel. Wie komme ich da ran? Ernsthaft. Verdammte Scheiße. Kann ich vielleicht irgendwas mit dem Strom hier anfangen? Oh ja. Kein Scheiß. Das ist dann eine Lösung, wo ich nicht wirklich erwartet habe, dass es funktioniert. Aber okay. Sehr gut. Schlüssel ist unser. Und wir, ouch, verziehen uns dann. Oh Mist, wir sind hoch. Und mit deaktiviere ich wahrscheinlich das Tor daneben. Wunderschön. Auch nicht schlecht. Mal ein bisschen Abwechslung. Wie so eine 2D-Sidescrolling-Passage einfach. Ach, komm. Ihr Cheapen. Wie wäre es mit, äh... Ne, okay. Nochmal ganz kurz. Wie wäre es damit? Nein. Na gut. Dann springe ich einfach... Verdammte Scheiße. Dann springe ich einfach drüber. Okay. Jetzt wird es interessant. Das ist auf jeden Fall der größte Dungeon, den wir bisher betreten haben. Definitiv. Und auch das Interessanteste, was die Rätsel und die Sprungpassagen hier angeht. Oh shit. Okay. Ich hätte eigentlich da lang müssen. Gut. Dann warten wir einfach nochmal. Das läuft gerade ein bisschen schnell gerade. Na gut. Das nächste Mal vielleicht. Shit. Okay, das war nicht gut. So. Langsam. Sonst falle ich komplett runter. Das muss nicht sein. Ich muss immer in die Richtung springen. Von der es kommt natürlich. Ansonsten macht es keinen Sinn, weil ich nicht so schnell hinterher springen kann. Shit. Jawohl, okay. Einfach hochspringen ist einfach das Beste, ohne großartig die Richtung zu ändern. Ab dafür, raus hier. So. Okay, jetzt sind wir fertig. Das war anstrengend, aber irgendwie cool. Hallo, Herr Samurai. Du solltest zum Augenarzt. Das ist nicht normal. Oh ja. Und speichern ist eine gute Idee. Okay. Was machen wir hier? Der Boden sieht echt rutschig aus. Im Prinzip einfach erstmal hier durchgehen. Ohne großartig für was anderes. Oh, hallo. Oh, hallo Buddha. Was geht? Was geht? Noch jemand? Na? Wart ihr picknicken? Oder was habt ihr gemacht? Habt ihr euch an Stellen berührt, über die ihr nicht reden wollt, oder? Das ist ja nicht, was ihr so in der Freizeit macht. Oh, wunderschön, Mann. Die getimte Bombe. Ich könnte ja jetzt sagen, es war alles geplant. Und das werde ich auch. Es war alles geplant. Natürlich war das alles geplant. Ganz klar. Das sind interessante Täpfe. Ich kann mich irgendwie an die Kadoos aus Shadowmine erinnern. Okay. Weird. Interessanten Geschmack haben die Leute hier auf der Uni-Insel. Scheinbar gibt es ja auch irgendwie normale... Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Es ist jetzt einfach nur eine Insel vom Herrn der Finsternis. Lord der Finsternis, wie auch immer. Oder haben wir mal normale Leute gelebt und der ist jetzt halt da. Und hat sich gesagt, jo, das ist ein cooler Ort. Ich komme mal genau hierher. Machen wir mal ein bisschen Scheiß kaputt. Das habe ich noch nicht so ganz geschnallt, aber gut. Jep, wir sollten auf jeden Fall gucken, hier irgendwie einen Schlüssel herzukriegen. Das würde mir wahrscheinlich gerne Auskunft geben wollen. Okay, wohin ranken wir uns hier? Boah, da kann man sich nochmal zurückziehen wahrscheinlich, falls man runterfallen sollte irgendwie. Na gut, nun müssen wir uns irgendwie ein bisschen anders umschauen. Mal schauen, ob ich hier ins zweite Stockwerk komme. Na, komm schon. Nope, okay, so nicht. Dachte, ich kann irgendwie aufs Brett und dann sneaky-beaky wieder hochspringen. Ach, guck mal, da ist er ja. Dich habe ich gesucht. Der liegt halt einfach rum. Direkt am Eingang. Musst halt nach links gucken, Digga. Ja, gut. Das weiß ich jetzt auch. Oh, Blocker-Spinnen. Oh ne, Trapez-Spinnen oder was auch immer. Musst mal aufpassen, Mann. Das ist komplett Zirkus-Polizei, Mann. Das sind dann irgendwie 35 Cops in einem kleinen Auto. Oder so. Ja, oh, okay. Da wollte ich auch hingehen. So arg viele andere Möglichkeiten gibt es da nicht wirklich. Ich könnte auch da rüber gehen und mal schauen, was in der Kiste drin ist. Vielleicht ja mal irgendwas Hilfreiches wieder. Oder eine Perle zum Beispiel. Nein. Ein Stück Papier. Die stehen auf, wenn man ab das Papier. Das ist der heiße Scheiß hier. So. Mal langsam, Junge. Das geht mir alles zu schnell. Okay. Ich meine, wir können den Schlüssel ja immer droppen. Der bleibt dann hoffentlich nicht oben liegen. Hallo, da ist er. Oh, da ist der normale drin. Okay. Wo brauchen wir den denn? Oh, da hin. What? Nein, ich wollte den auch mitnehmen. Verdammte Scheiße. Ah, okay. Die Wand kann ich auch springen. Hallo? Wir brauchen den gar nicht hier lang. Ich habe mich schon gefragt, wie wir da rüberkommen, wenn wir den Elektroschlüssel tragen müssen, um laufen zu können, aber den anderen Schlüssel mitnehmen müssen. Ich meine, wir haben scheinbar extrem große Taschen, aber irgendwie haben wir keine Taschen mehr, wir haben keine Hosen an. Ach, Tobi, verdammte Scheiße. Du schon wieder. Ja, ich habe es bisher geschafft. Das hast du gut erkannt. Der Spaß ist zu Ende. Es ist meine eingeschworene Pflicht, hier zu wachen. Oh, deine Zuneigung. Ja, ja. Du willst nur ein Rennen. Du willst, dass ich den nochmal dahinter versuche, ja? Ja, okay. Problematisch wird nur, dass ich nicht laufen kann da vorne, weil ich habe den einen Schlüssel nicht dabei, ich habe die falsche Schuhe an, weißt du? Okay. Okay, das wird nicht funktionieren, da habe ich recht. Wie machen wir das am besten? Verlangsamme dich jetzt schon mal. Hier, das bringt rein gar nichts, kann das sein? Jetzt dann wahrscheinlich irgendwie. Oh shit, ja, natürlich schlage ich mir den Schädel an. Au, fuck. Ernsthaft? Nicht cool, Mann, nicht cool. Trubi, was ist das für ein abgefucktes Rennen schon wieder? Treppen? Du weißt, ich kann keine Treppen laufen. Na gut, okay. Na gut, okay. Jetzt wieder zurücklaufen, ernsthaft? Was ist, wenn ich gar keinen Bock habe? Ah, fuck. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich, ich sehe dich. Ich weiß, du magst mich, kannst du aufhören damit? Nein, kann sie nicht. Na schön. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn wir da irgendwie den Schlüssel nochmal zurückholen. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Ohne den Schlüssel, das scheint es auf jeden Fall ein bisschen schwierig zu sein. Ich meine, wir haben das so geöffnet, das heißt, wir können ja einfach das Ding schnappen, rüberrennen und dann hier das Rennen mit ihm veranstalten, denn ansonsten, ich weiß ja nicht. Wir gucken, wie es weitergeht. Das wird Tobi ein weiteres Mal versohlen. Ich denke, das wird dann nicht so schwierig und wirklich darüber laufen können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein!